Nicht alle rechtlichen Nachteile hat die Ehe für alle beseitigt. Vor allem die Regenbogenfamilien in 95 Prozent lesbische Paare mit Kindern sind von diesen Nachteilen betroffen. Die aktuelle Rechtslage stellt Kinder in gleichgeschlechtlichen Ehen oder Partnerschaften, die da hineingeboren wurden, schlechter. Ihnen fehlt die Rechtssicherheit durch zwei Elternteile. Lesbischen Paaren wird die Möglichkeit verwehrt, von Geburt an gemeinsam Sorge für ein Kind übernehmen zu können. Und das wollen wir ändern.